Was geht Leute, willkommen zurück zu Lost the Judge, ich hoffe du bist wieder mit dabei. Ja Leute, mich hat es richtig erwischt ey. Ich bin richtig krank geworden, aber egal. Ich lag jetzt ein paar Tage im Bett, konnte nichts machen. Kaito wieder am Start. Oh man, du bist ein Rockstar von diesen Kindern. Crazy, nicht wahr? Du solltest Higashi sehen sie mit ihnen sehen. Really? Higashi-san, Yagami-sensei ist hier für dich? Lass das Sensei-sit, du Idiot. Keine honorificer für Arschlösen. In diesem Fall, der Yagami-Arschlösen ist hier für dich. Talk about its emotion. Also, ich weiß ein paar Dinge über Soma's Tojo-Clan-Dais. Er hat sich in die Nikio-Konsortium, eine Direct-Familie gemacht. Die Nikio-Konsortium war ein ziemlich großartiges Problem. Auch wenn sie mit der Züge mit der Haupt-Familie gemacht haben. Genau. In dieser Stelle, Soma und Akutsu, beide sahen wie Officer-Kandidaten. Wahrscheinlich, die Nikio-Konsortium in der Familie war zu handeln, off-the-Record-Dirty-Work. No matter how much they raked in, the higher-ups took their cut and left the mess. Those two got hung out to dry, basically. Nevertheless, they sucked it up and hoped they'd be the ones on top someday. But, as you know, the Tojo-Clan got hit hard, disbanding before they ever even got their shot. They devoted years to the family, all to get nothing in return. I'd be willing to buy that for Akutsu. But if Kaito-san is right, Soma was working the Tojo-Clan from the inside for public security. That's how he knew sooner than anyone else that the Tojo was on the way out. Being undercover, he could see the writing on the wall and plan accordingly. That's why he founded the criminal network, R.K., so he could gather up and monitor all the ex-Yakuza at once. Okay, now that you mention it, R.K. has been dipping into the shady side of Komurocho. They're strong-arming anyone who acts without their blessing first. You want to do shady shit? You need an R.K. permit these days. Yeah. That's why the Soma-san-undercover agent theory makes sense to me. If we find a concrete link between him and public security, then we'll know for sure. Higashi, who might have known Soma back then? Someone with authority would know how he joined the Tojo-Clan. Well, let's see. Would the Nikio president work? President? Not patriarch? President? Same shit. His name's Irie, eh? Or whatever kind of boss he was then. Now he's just another champion district drunk. I have some questions for him. Once I have the link between Soma and public security, it'll all fall into place. I don't know, man. You want to meet him, knock yourself out? He spends his days at a joint called Earth Angel. Gotcha. I'll come with you, Tark. Schau mal unten nach rechts. Schau, wie habt ihr dringeschaut. Perfekt. Ja, Leute. Abonniert, aktiviert die Glocke, lasst meine Bewertung da und guckt mal unten in der Videobeschreibung. Weil du mich unbedingt auf Insta verfolgen willst, verfolgen, folgen willst, weil du mir auf Twitch folgen willst, alles unten verlinkt. Wohin gehe ich, ey? Okay, ich tue immer dasselbe mit dir. Too fast, too fast. Alter, Alter. So, Leute. Ich bin immer noch bissel. Ich bin noch nicht ganz gesund, weiss. Ja, die Musik, jawohl. Oh Gott. Endlich, wir sind da. Champion District. Nach so einer langen Zeit wieder, Alter. Hier sind wir. Der Vorher von Nikio-Lokal-Hunt. Er ist hier nur noch niemals? Schau mal, schade, scheiße. Präsident Irine. Mein Name ist Kaito. Ich war damals in der Matsugane. Matsugane? Oh, ein von seinem Mann, oder? Du kennst meinen Boss? Er war dein Klassiker-Klarschule-Yakuza. Er hatte duty, dignität, aber er konnte nicht verdienen. Vielleicht war er der Glück, als er, wie ich jetzt bin. Wenn wir uns ein paar Fragen stellen würden, das ist mein Partner, Yagami. Er ist ein Schiff, aber er war eine Familie für den Boss. Es ist ein Prazer. Also, was wollen Sie fragen? Können Sie uns über Kauzuki Soma erzählen? Vielleicht kennen Sie ihn als Head of Arcade. Soma, wie? Also, er war eine kleine Spratt. Hier ist er ziemlich der große Schiff. Ich kaufe dir einen Drink. Möge ich dich hier? Der Liefer hat einen Schiff ausgesucht, in der Zeit. Er hörte ein Kind was flushen seine Geld in einem unserer Casinos. Er ist ein Kind und er hat einen Schiff ausgesucht, er hat ihn mit ihnen machen. Ja, so wie ein Model Yakuza-Kandidat. Er ist ein Kammarochow-Kamrochow-Kamrochow. Er ist ein Kammarochow-Kamrochow-Kamrochow? Er hat ihn mit Ihnen und er hat einen Kammarochow-Kamrochow-Kamrochow-Kamrochow. Sag mal, bevor er sich mitgebracht hat, wie viel du wirklich auf Soma gemacht hast? Was soll das sein? Du hast seine Hintergrund und alles, richtig? Ich bin sicher, dass wir unsere Arbeit gemacht haben. Es ist nicht so, dass das meine Verantwortung war. Erie-san, es ist eine Chance, dass Soma immer für öffentliche Sicherheit gearbeitet hat. Was hast du gesagt? Ich bin sicher, dass er aus dem Beginn ist. Hatte du dich als strange? Vielleicht ein bisschen wunderschön oder kontakt mit jemanden du nicht wusste? Nein, ich habe keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, dass es mir überhaupt nicht überrascht hat. Er hat einige riesige Geräusche gemacht. Ich habe das nicht gehört, aber er hat sogar einen Hitch-up gemacht. Der Hitch-up? Ein Zeitpunkt. Es war dieser Punk, der uns zu den Gästen. Und die Hüter-ups haben, die Soma zu entdecken den Mannen und ihn in den Hüteren. Er hat es so gut gemacht, dass die Leute sich so fühlen. Es war nicht das erste Mal. Ich erinnere mich, Akutsu zu erzählen. Ich habe das heute getötet. Ich habe das letzte Mal. Die Frage geht schnell. Wer von der du das hörst? Oh, die Schmerzen fliehen in dieser Stadt. Keine Ahnung, dass du diejenige sind. Ich habe das letzte Mal gesehen. Akutsu hat das letzte Mal gesehen, dass die Soma ist ein Unterkaufsgericht. Das ist deshalb, dass er gezwungen ist. Natürlich. Aber was ist das Problem? In diesem Moment, ich will keine Schmerzen, wenn die Soma ist unterkaufsgericht. Die Familie ist tot und weg. Was ist mit allen anderen, nachdem du die Consortium verletzt hast? Ja. Die Hüteren waren legit. Die Hüteren waren und kamen mit den 6. Schmerzen für das neue Verkaufsgericht. Ich glaube, die resten zurückgegangen sind. Die Schmerzen der Familie alle getöteten in R.K. Also ist das kein Problem, dass deine alte Familie manipuliert durch die Soma? Tch. Die Schmerzen nicht mal sehen mich während der Bones-Saison oder New-Year. Sie sind nur die Schmerzen. Ein Arrogant-Grupp von Thugs. Die Familie, meine Hüteren. Die Schmerzen, meine Hüteren fühlen wie Schmerzen. Ich glaube, die Jugendlichen heute sind ziemlich in sich. Aber ehrlich gesagt. Ich weiß niemanden, der will seine Zeit mit einem schmerzen. Wie geht es, wenn wir ein Zitzen zusammenfangen haben, wenn du dich schmerzt hast? Denn wenn das wirklich das Geheim der Tojo-Klan der Patriarchs ist, dann wird es nicht möglich, dass diejenigen, die es großartig machen werden. Entschuldigung für das. In Kaito-San's alten Leben, eine directe Familie zu werden, war der größte Traum. Wenn er auf dich sieht, er sieht, was Matsugane-San war, wenn Dinge anders waren. Insofern, vielen Dank für deine Zeit. Du kennst das Masawa an Nord Senrio Avenue? Es hat eine Gambling Den mit ein guter Chohan setem. Gambling Den? Ja, ich bin da vorher schon. Was ist das? Es ist durch diese Gruppe von Roppongi. Jetzt, R.K. ist zu sagen, dass sie ein Stück von der Piee gemacht haben. R.K. wirklich machte Druck auf den Kamroche Untergrund, oder? Ja. Aber die Roppongi-Kruhe wird nicht aufzunehmen. Also, ich denke, R.K. wird es schwer auf ihren Platz heute Abend kommen. Sie wollen einen Beispiel von ihnen machen. Aber einige Leute in der Krankenhäuser. Vielleicht sogar in der Morgue. Warte. 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 Was anderes war da zu sagen, Tok? R.K. ist heute Abend ein Gambling Den. Erinnerst du den Tatami-Rummen, den wir mit uns getrennt haben? Wahrscheinlich, die Leute, die die Räume anrufen, nicht Soma's Gang einen Kuss. Also, jemand da wird ein paar Antworten haben. Vielleicht sogar Soma selbst. Ja. Ich denke, es ist wert, sich zu sehen. Okay. Es klingt, wir sollten auch einen Pigashi hängen. Mirigashi hin oder her, Alter. Wir müssen dort aufmischen, Mordok. Kaito, du weißt doch, Alter. Wir packen das auch zu zweit eigentlich. Soma ist halt echt ne kranke Nummer, Mordok. Tak, wir sind gleich auf der Zeit. Ja. Yagami! Aniki! Was ist passiert? Es ist R.K., die Gadex-Toujo-Members zu fahren. Warum? Wir haben die Gadex-Toujo-Members zu fahren. Und es gibt noch eine Chance, Soma ist hier. Das ist eine überraschende Kontext. Genau. Jetzt gehen wir da rein. Dann gehen wir halt zu dritt rein, Alter. Ja, gut. Die Gache hat kein Bock. Wieso? 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 Wieso sind die Gadex-Toujo? Wieso? 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 Wieso, wieso? 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 Schlafen! Aber ich bin nicht. Es ist der Schlanggriff. Es ist der Schlangstil, natürlich. Okay, das war's mit denen. Und mit denen war's auch schon. Ich hab's nicht. Alter! Higashi, Alter! Wolltet ihr die nicht befragen, ey? Oh, mein Nase juckt grad übel, Alter. Oh, dieser Scheiß-Moment. Let's go. Es ist zu schmerz, um zu sehen, was hier drin ist. Ja, aber es ist kein Lichtschalter. Es sollte die Lichtschalter sein, oder? Lass uns schauen. Was? Es ist kein Lichtschalter, alles klar. Es ist ein Lichtschalter. Oh, das ist mehr so. Schön und schön. Was? Oh, was haben wir hier? Die Tür mit dem Passcode. Interessant. Ich hoffe, dass sie nicht das ist genug, um uns zu stoppen. Hey, Tuck? Yo. Ich denke, das ist die Tür, die wir mit uns beschäftigen. Wir müssen nur die Passcode herausfinden. Hey, was werden wir hier machen? Wir werden vielleicht ein paar Informationen finden. Mal schauen. Mal schauen. Mal schauen. Was? Hier kann man nicht durch. Was ist das hier? Hier kann man nichts machen, Mann. Weiter geht's. Von den Jungs ist auch keiner mehr da. Wie das? Was tut hier, Alter? Ich muss jetzt irgendwelche Zahlen und denke, das ist das Passcode ist sicher. Ah. 05, 08! 05, 08! Nice! Passt. Servus! Ich sehe keiner. Was ist morgens? Jemand schupft. Popatzt. Doch nicht. Hier oben oben ist. Hier oben oben ist. Ich gehe nach. Hier warten, okay? Ja. Verstehen, Tark. Parcours-Läufer, Alter. Chill ganz kurz, mach eine Pause. Let's go. Let's go. Let's go. Und let's go, Alter. Yes, yeah. Jawohl. Easy. Hey. Wieder nach draußen. Ich wollte doch gar nicht rein. Entschuldigung. Okay. Perfekt. Richtig nice, hey. Jawohl. Die Kräfte wieder erstmal stabilisieren. Die Kräfte. Die Kräfte. Die Kräfte. Die Kräfte. Ja. Was? Spring doch, Modok. Ja, guck da hin, alles gut. Hm. Was ist? Ach komm, Alter. Ach komm, Alter. Ach komm, Alter. Ey, so ein Bullshit, Alter. Okay. Okay, geh nicht runter. Sonst haben wir wegkackt. So. Easy. Easy. Ey, Tamamea. Ja. Super. Mach's dir sein. Yagami. Yay. Komm ich nicht dort rüber. Damit nicht. Davon hier. Ja. Fehlest du viel Zeit. Yagami. Boah, das war knapp, Alter. So weit kann er gar nicht springen. Ja, kann er nicht. Nein, wir gehen erstmal. Mach, jetzt. Komm. Jetzt. Komm. Jetzt. Und da wären wir. Jungs, jetzt wird ein Kinderspiel. Zack. Zack. Fertig, vorbei. Das war's schon. Aber Leute. Das war's mit der Folge. Abonniert. Wie geht's? Hey. Ich habe es gerade auf den Rooftop. Okay. Wird die Glocke. Aber ihr werdet ihr einen riesigen Zeit haben, hier zu steigen. Lass mich noch einen anderen Weg. Lass meine Bewertung und guckt unten in der Videobeschreibung, da ist alles verlinkt. Okay. Alter. Cool. Dann wir warten hier ein bisschen länger.